Musik 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 Aber schneiden wir es? Ja. Was ist denn genug? Kippen? Nein, das ist falsch. Danke. Das hat mal. Ihr braucht den Potsch. Danke. Danke. Die Tischlerei Erlbauer, der Sohn ist ja verstorben. Der ist ein Besitzer von der Tischlerei. Und das Haus ist da verkaufbar. Und vom Tappen her ist ja das noch angegangen. Die Tochter hat mir die Griechen gegeben. Und ich hab's jetzt, wenn ich's will, ich hab's jetzt eh über ein Jahr wieder heim gehabt. Ist das auf der Schausversuch? Ja. Herr Sorten. Na ja. Ja. Na ja. Dann lese. Op. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik Musik Was ist das? Aber es wird er wahr, was du bist Zwei Ende die Platte bist du? ich sehe ein Gesichtchen was ist das ein Lichtchen sagt das Lichtchen mit dem Lichtchen ich erzähl euch ein Es war einmal ein Waldzwergein, das nachts sehr gerne im Wald spazieren geht. Und diesmal geht das Waldzwergein wieder im Wald spazieren. Das Waldzwergein trägt eine Laterne mit sich mit. Wie hell das Licht in seiner Laterne leuchtet. So kann es seinen Weg ganz, ganz gut sehen. Und das Waldzwergein, das freut sich an den Bäumen, an denen es vorbeikommt. Aber plötzlich spürt das Waldzwergein los. Es spürt einen Wind. Der Wind beginnt zu blasen. Die Äste der Bäume, die wandeln hin und her. Und der Wind steht sich vor. Der beginnt noch fester zu blasen. Hu, hu, so zur Klosche schon. Und die Äste der Zweige, die knarren und ächzen. Wir gehen im Halde, wir haben kein Licht mehr. Wir suchen den Hasen, empfinden wir so schwer. Wo füllen wir endlich für unsere Laterne her? Dumpdi-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-D und er hatte alle Leute im Dorfe schon zum Gevatter gehabt. Als ihm nun wieder ein Söhnlein geboren wurde, setzte er sich an die Landstraße, um den ersten Besten zu bitten, der Pate zu sein. Da kam ein alter Mann die Straße entlang. Den bat er und dieser nahm den Antrag freudig an. Geh mit und halb dem Knaben tauchte. Der alte Mann aber schenkte dem Armen eine Kuh mit einem Tal. Das war an den seelen Tagen, an welchen der Knabe geboren, zur Welt gekommen. Und dann an die Hälfte. Und dann an die Hälfte. Und dann an die Hälfte. Und dann an die Hälfte vom NDR. Und dann an die Hälfte. Ja, man. Okay, nein. Schaumlösch, die Schaumlösch ist. Schaumlösch, die Schaumlösch, die Schaumlösch sind. Schaumlösch. Schaumlösch, die Schaumlösch, die Schaumlösch. Schaumlösch, die Schaumlösch. 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 Wenn ich so daheim sitze, auf die Nacht im Advent, die Kerzen brennen am Adventkranz, Brat und Öpfe riechen, Maroni riechen, Vanillekipfer riechen, ein Jagdee riechen, ja sogar der Christbaum riecht schon drunter im Keller. Also an so einem Adventobend, da denken wir, schade denken wir, wirklich schade, dass das nicht der Einmal ist im Jahr des Weihnachten. Wir sollten öfter sein, so gemütlich, so gut riechen und irgendwie feierlich. Aber wenn ich mich dann zu Dreikönig irgendwie unvorsichtig und ganz ohne Vorsatz auf die Waag stehe, dann denke ich mir, gut, dass es nicht der Einmal ist. Und das ist schon zu viel irgendwie. Dann muss ich schon mit der Oma, nicht? Ich bin ein Michael Fisch. Das war's für heute. Musik Begrüßen Sie noch mit mir die wohl einzigartigsten Müllviertler Rau. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020